Drei Walpitis, eine Elchdame und ein Elch. Also der Siegel lohnt sich, auf jeden Fall. Ja, also bei mir sind auch so eine Fünfer oder Vier oder Fünf Mann. Ja, Mann nicht. Hirschherde. Einer habe ich erlegt und der Rest, den logge ich mir jetzt nochmal an. Noch ein Elch. Oh, das ist so ein Riesenteil. Noch schön, dass ich sie alle so zentral angeschossen habe. Von dem Punkt kann ich überall hin gehen. Ohne mich großartig zu ärgern. Wo bist du? Du bist voll weit weg. Kannst dich mal mitsuchen. Hochkonzentriert. Ja, das Schöne an der 2,70 ist, da kannst du halt schnell nachschießen. Und bei der 7mm, da wird das nachgeladen. Dann musst du mit der Zielfernroh erstmal gucken, wo sind sie. Ich hätte gerne, das ist irgendeine Fertigkeit, glaube ich, dass du schneller nachladen kannst. Die hätte ich gerne. Aber so weit bin ich noch nicht. Na ja, Pfeil und Bogen wird sich vielleicht auch mal lohnen. Nee, vor mich nicht. Den kannst du vor mich hinstellen. Ich treffe die nicht. Oh, du Arsch. Nicht du, Entschuldigung. Ja, der hat sich gerade im letzten Moment weggedreht, ey. Kann doch nicht wahr sein. Habe ich schön gemacht. Meine 2 Opfer, die liegen direkt nebeneinander. Brauchen wir nicht so weit suchen. Oh, Gold. Elch, Gold. Und Muskel, Herz, Lungenflügel links. Alles 100%. 258 EP Bonus. Nicht schlecht. Also Gold ist gut, ja. Ich glaube, das ist mein erster Gold, Elch. Wunderschön. Also lohnt es sich heute mit dir zu spielen. Guck dir die Punkte an. Lohnt sich immer. Wunderschön. 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 K Green 안돼. Und das läuft bei dir. Ist das gut aus? Hast du es gesehen? Nee, ich höre nur über die Schüsse. Ich habe bis jetzt nur wild alles angeballert, was hier ist. Und bin gerade so halb am einsammeln. Oh, ist das aufregend. 400 Meter weg. Oh ja, die Errungenschaft habe ich gestern gekriegt. Da ist Blut. Ich glaube, ich habe hier über Pittys. Die wollen doch das mit dem schwarzen Hals. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, ein schöner. Ein schöner mit dem Geweih. Mal sehen. Also ich habe da auch so wenig Erfolg eigentlich mit Gold. Ich gehe davon aus, dass du das meistern willst. Ja, erstmal schön anlocken. Da steht er. Da steht er. Hm. Ich könnte schon schießen. Ja. Wir sind bestimmt. Er kommt näher. Ja, ich versuche mal. Mein Herzschuss. Jetzt meine neue Taktik. Aufs Herz schießen. Früher habe ich immer Wirbelsäule. Da lagen sie auch sofort. Die Wirbelsäule ist gar nicht so einfach zu treffen. Nee. Wenn du Pecher schießt, drüber. Hm. Komm, bleib mal stehen. Ja, jetzt muss der losrennen. Leise. Entschuldigung. Jetzt ist er weg. Nee, da ist er. War auch nicht weit von mir entfernt. Gefühlt zwei Meter. Alles voller Blut. Muss um den Kehlkopf. Nee, ich habe jetzt erstmal mein Hirsch. Eingeschossen habe ich. Weiß leider nicht, ob ich ihn auch. Aber stopp. Nee, das ist echt eine gute Gegend hier. Ich habe hier ausgesucht. Kriege ich dafür jetzt einen Orden? Nee. Ein Steam-Abzeichen? Ich musste eins bauen, ja. Ich hoffe, ich finde meine URPT's und ich hoffe, ich habe die gut getroffen. ich finde die sind ganz schön stark und die halten viel aus ich habe auch ich schieße mal mit der 270 auf so ein paar pittys noch habe ich eben nicht gemacht was denn das? ach hier liegt ein toter Hase ich denke ist aber klein die Beute boah was von den Blutflecken hier kann man denken den hat man geschlachtet ein schwarzwedelhörsch war das wie überall Blut ich finde die doch nicht mehr als wieder so besser waren noch mal Wolpities oh mein Horststall liegt da hat eigentlich ein männliches Wolpiti auch ein Geweih ich dachte das war eins aber das war ein Hirsch eigentlich hat nun Wolpiti auch ein Geweih und hat eine größere Stoßzähne schwarzwedelhörsch silber läuft du nimmst ein Tier nach dem anderen hier auf hier sind noch mehr Tiere ich muss die bloß irgendwie wieder anlocken uuuh noch ein Silber-Elch ach schön also mit der neuen Knarre macht das richtig Spaß auf Elch die Jagd zu gehen Elch ja ja was hast du denn für Munition überhaupt geladen weißt du das? da fragst du mich was einfach irgendwelche ne ich glaube die mit mir durchschlag warte guck mal kann ich ja eigentlich im Inventar sehen die PSG da ne ich hab die TMB genommen mit größerer Aufpilzung ein äußerst leistungsstarkes 7mm Teilmantelgeschoss bei dem die Durchschlagskraft zugunsten einer schnellen Aufpilzung beim Einschlag in den Hintergrund tritt auf jeden Fall hat die richtig Wurms uuuh einfach ein kleiner Hirsch ja nachladen sehr unbefriedigend ich hoffe ich finde meine Walpikis aber ich glaube Ethikbonus kriegst du nicht wahr alles was du kleiner wie ein Elch schießt ähm ich hab sonst nur noch die 270er also ich hab die Standardwaffe ausgelegt und wenn ich damit was kleineres erschieße hab ich den Ethikbonus obwohl ich glaube das kommt teilweise auch auf die Munition an ja ich glaube auch wohin du triffst wenn du den im Magen triffst und so dann ist das Tier ja eigentlich nicht mehr so verwehrt weil das dann ja wie sagt man verseucht ist du echt? ich dachte das geht da eher um den Pelz und so ja ja gute Frage also Verwertung heißt für mich eigentlich obwohl das Fleisch ist ja mehr als dass du die Haut nutzt oder? ach keine Ahnung wo ist Philipp wenn man ihn braucht? der weiß das aber das ist schwarzwedelig aber in kleinen und jetzt betreibst du es aber mit deinen Abschüssen was liegt da? oh da liegt noch mein Elch hier ist noch ein Elf ne das ist ein schwarzwedelsch es ist wie Weihnachten Wornruf und Kojoden ne das ist total weit weg nicht Ich hasse das, wenn die Tiere so nah sind. Ich mache das auch nicht so gerne, uuuh, da ist eine ganze WPT-Härde, ist wunderschön hier. Was? Der war fünf Meter vor mir und dann rennt er weg. Vielleicht bist du weg. Du siehst nichts, wenn ich das jetzt markiere, oder? Nee. Sonst guck mal, bist du noch am See? Ja. Lass mal da treffen, siehst du die? Da ist auch noch ein Elf dazwischen, der packt sich fest zwischen den Bäumen. Da sind aber bestimmt drei, vier Tiere. Wenn wir jetzt rumgehen um den See, dann haben wir ringsrum rot eingekesselt. Ja, warte mal. Das ist ärgerlich. Hast du sie? Nee, das sehe ich nicht. Nicht mehr jetzt? Jetzt musstest du ihn sehen. Oder? Was ist denn die Markierung? Auf der anderen Seite? Gerade durch müsste es sein, Richtung Süden. Und da packt sich halt, uh, ein riesiges WPT-Ohrendreiher. Nee, also Markierung sieht man nicht. Uh, da ist noch einer. Da ist noch. Uh, hier ist alles voll. Alles voll mit Tieren. Auf jeden Fall weiß ich jetzt schon mal, wo das Herz nicht ist. Da muss ich langsam ran. Da muss ich mir die schönsten Tiere rauspricken. Aber bei den ganzen anderen Wurstfurt-Platitis noch nicht gefunden. Ich hätte eigentlich drei Stück angehauen. Aber so viele. Mal sehen. Eins habe ich noch liegen. Mal gucken, was mein Elch hat. Seh dich. Durch... Durch Ziel von Ruhe oder was? Nee, durch, ähm... Fernklass. Fernklass? Ja, das ist was. Wir gehen nicht ein. Ich finde das englische Wort komischerweise an. Sprichst du viel Englisch in deinem Alter? Ich? Nee, gar nicht. Kann ich nicht. Nee, du bist im Osten aufgewachsen. Hast du Russisch? Nee, da war ich immer schlecht. Habe ich gelernt in der Schule, ja, aber... Da fehlte wirklich das Interesse. Und für die Arbeit brauchst du es nicht? Nee. Okay. Oh, das ist mein Wurstfurt. Oh, deine... Ich glaube, ich sehe deine Elche. Kann das sein? Ja. Dass sie so an so einem Schilf liegen? Ja. Ich habe gesagt, dass da ganz viele Tiere sind. Warte. Ich müsste es eigentlich nochmal markieren können gleich. Ich muss erst mal meins einlesen. Sonst vergesse ich das. Ich kenne mich. Warte. Ja, das sind Tiere. Oh, meine Wolfitis... Oh, ja, stimmt. Dann schön sind auch welche. Oh, ich hätte gerne den hinteren. 10 Meter Entfernung. Und dann habe ich den im Muskel getroffen. Was? Oh, das gibt es nicht. Guckst du auch auf? Ich wollte auf die Brust schießen. Habe unter der Brust durchgeschossen. In Hinterfuß. Oh, das ist auch lustig. Nein! Oh, meine Firewall ist angegangen. Oh, meine Chance abzuräumen. Oh, die Vieh. Oh, fünf Schuss habe ich bloß noch mit. Oh, ich hätte gerne... Oh, ich hätte gerne einen Elch. Große Waffe. Ich nerv der Elch doch immer. Wie mir. Ich glaube, von meiner... Ist das die alle aufgeschreckt? Die rennen alle weg? Nein, 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 nein. Doch, ich sehe dich. Gerade alle weggerannt. Darf ich? Da kommt ein Elch. Ja? Die machen du. Was? Ja, ja. Weil ich bin zu weit weg. Das interessiert den gar nicht, den Elch. Doch, der ist abgehauen. Ne, der steht da. Ne, ich wollte ihn an... Ja. Hast du das gesehen? Oh, im Laufen habe ich ihn noch gekriegt und er lag sofort. Ja. Ne, dann haben wir andere Tiere. Weil ich habe auf einen geschossen. Der stand dumm rum. Ach, ich habe heute richtig Glück hier. Ach da, jetzt sehe ich den. Der unten. Aber... Der stand genau zwischen dir noch welche. Hier habe ich kleine Schwarzfiedlerische gesehen. Du, da hinten Kolpers. Schwarzfiedlerische. Wie nennst du das Video? Massaker am See? Hm. Ne Massaker ist es noch nicht. Auf wie vielen Tieren ist es denn ein Massaker? Ne Massaker ist eigentlich mehr, wenn es... wenn es ausartet. Im Ahnung gerade, außer für ein bisschen blind. Oh. Ja, bei dir ist mächtig was los. Da steht noch ein Elch. Wirklich? Wo? Jetzt hat er sich kurz mal hingelegt. Ich habe ihn nicht gehört. Also ich habe ihn... Uh, whoopity. Schöner Tag. Oh, das lag sofort. Ich hoffe, irgendjemand kann sich dafür begeistern, wie ich mich begeistern kann. Ich begeister mich. Ich habe noch einen Schuss. Oh, ich kann ja das Zelt aufbauen. Oh ja, mach das mal. Ich habe da alles eingeschossen bei dir schon. Schlimm aus, oder? Alles pink. Wo ist mein Zelt hier? Ach, jetzt ist wieder dieser elende Bug. Dann mach mal ein Foto mit deiner Kamera. Manchmal geht das bei mir dann raus. Ne, ich muss das Zelt wegziehen aus dem Slot und wieder ein... Pack. Ich dachte, du meinst, dass alles weg ist. Das habe ich ganz oft. Das hatte ich gestern, ja. Und die Rose und Walpities kommen auch immer so nah. Und die Rose und Walpities kommen auch immer so nah. Was habe ich denn noch. Und die Rose und Walpities? Habe ich da nur noch aus Reflexen geschossen. So. Dαι. Ist hier mein Elch? Ja. Da rennt ein Elch, ne, nur Pity, ein Schwarzwedel hinterher, ne, gegenüber, call die mal, dass die zurückkommen. Die rennen jetzt alle zu mir, ja, das ist aber blöd. Wo dein Elch liegt, der mit dem Geweih, da sind die ganzen Tiere jetzt hier. Ah, warte. Ich treibe sie zurück. Da sind sie da oben, ne? Aber die Waffe wechseln. Kommen aber auch nicht zurück. Oh, da hinten liegt noch was anderes, das müsste mein eines Wapiti sein. Ach, shit. Ich hab da auch ein, zwei geschossen bei dir drüben. Ja, kann auch sein, dass es deins ist. Aber ich weiß, dass ich drei Wapitis vorher angeschossen habe und die jetzt hier alle rumlaufen. Die bleiben ja trotzdem in ihrer Gruppe, komischerweise. Also ich hab festgestellt, wenn du die auf große Entfernung schießt, dann dauert das nicht lang. Dann, äh, die rennen mal kurzzeitig weg und dann machen die wieder ihren alten Trott und gehen wieder zurück fressen oder saufen. Hier ist zum Beispiel ne riesen Blutschwurm. Gucken wir mal. Oh, jetzt kommen sie zurück. Oh, das waren wir Piti. Männlich jetzt. Warte. Ich hab' ich grad' an. Nein, ich seh' nur das Geweih. Kommt aber in deine Richtung. Blickt auf... ...das Weibliches. Das war Weibliches. Das hab' ich angeschossen. Das musste sein. Ja, alles gut. Das ist ein zu dir gerannt eigentlich. Auf jeden Fall stehen da noch viele. Du musst mal versuchen zu kornen, dass du die aus dem Wald raus lockst. Kein Problem. Viel besser seit ich über 20 bin und meine ganzen Sachen hier kaufen kann. Ich seh' noch ein... ...ein Schwarzwedel-Herrsch. Der guckt in deine Richtung. Was denn? Der ist gar nicht so weit weg. Vielleicht nicht mal 100 Meter. Steht aber bloß da und guckt. Ach, ist alles voller Blut da hinten auch. Jetzt kommt's. Äh, ist gleich da. Siehst du's? Angeschossen. Nein. Ist ja gesagt. Ja, ich hab' daneben. Ich wollte mal nachschießen. Ich muss mein ganzes Blut hier noch finden. Ich muss hier noch so viel suchen. Hier sind zwei Blutspuren. Du musst aber aufsammeln. Ja, ich bin dabei. Eins, zwei, drei, vier Tiere. Seh' ich totliegen. Und das ist für dich noch kein Massaker? Ich möchte nicht wissen, was da am Wald noch liegt. Hier hab' ich mein... ...Betterlife. Muskeldarm, Leber 100%. Silber-Weiß-Wedel-Hirsch im Laufen. Effizienzbonus 98% und sonst der Rest 100%. Schön, und hier ist trotzdem alles voller Blut. Alles. Unten Richtung See liegt noch ein Tier. Das ist doch nicht meine. Ein Elch müsste da noch sein. Nee, nee, äh. Geh mal jetzt in meine Richtung. Komm zu dir. Oder hier sowieso alles. Unter an See, da liegt ein Tier. Das siehst du nicht, das liegt am... ...in so einem kleinen Busch. Genau. Jetzt links. Nee, rechts. Richtung mir. Ja, weiter. Ja, immer weiter. Trotzdem alles voll... Uh, da ist ein... Warte. Wie brauchst du hin? Das Tier liegt neben dir. Ja, da ist auch ein Tier. Hier sind überall Tiere. Hinter dir. Du bist vorbeigelaufen. Warte mal. Hier? Ja, halt. Jetzt kommen wir zu mir. Ah, da. Ja, da. Ja, aber da wäre ja auch noch ein Tier gewesen. Kriegst ja die Punkte trotzdem. So ist es nicht. Ja. Nee, nicht das... Boah, hier ist alles voll. Dann verpasst man das oft zu heben, oder? Oh, das ist deins, ja. Aber das war nur Effizienzbonus 100. Punkte 3, 3, 3. Muskelungflüge links, Herz 100. Herz. Ja. Nee, das lag sofort. Schön. Hier liegen noch welche. Wo ist mein... Wo ist mein Eich? Ach, da hinten. Ich will hier heute nichts verpassen. Hier wird alles eingesammelt. Wie viel haben wir denn schon? Äh... Achso. Hätten wir mal so ein... So ein Event aufmachen müssen. Ja, eigentlich schon. Jetzt sehen wir nicht, wie wir Tiere immer haben. Aber das kann ich dir gleich sagen. Ja. Also von mir. Warte. 1, 2, 3, 4 Stück hat es aufgehoben. Ich will auf jeden Fall... Ähm... Mein Level 22 heute schaffen. Also das Level 22. Und ich habe heute... Welcher ist heute? Die 27, oder? Zehn Tiere habe ich erlebt. Boah, hier ist alles von Blut. Zehn. Ja. Hier auch noch. Warte, dann. Oh, die Hüfte geschossen. Na gut. Das wird doch schon mal Sack auch langsam. Was hier vor Tiro rumliegen. Ich bin auf meine Elche stolz. Dass ich endlich eine Knarre habe, damit ich... ...demansprechend ergehen kann. Die Elche, die haben mich so genervt. Wie man da hinterher gelaufen ist. Jetzt muss ich sie nur einmal erwischen, um die Hand nicht mehr viel zu laufen. Die großen Elche, hast du den schon? Mh-mh. Glaub ich. Ich gehe noch mal ein Stück zurück, weil hier auch noch über Evoluz warnt. Ja, ich gehe mal ein bisschen hoch im Wald. Ja, ich komme durch nach. Dass sie hier oben verendet sind. Ich gehe noch mal ein bisschen... ... Einmal noch... ...für die anderen sind... ... Untertitelung des ZDF, 2020